Also Mandeln. Normalerweise 200 Gramm. Da es ja Kokosbärchen werden dürfen, natürlich Kokosraspeln nicht fehlen. Davon jetzt einiges mal rein, keine 200 Gramm. Also nicht die ganze Packung, sodass halt zum Schluss noch was übrig bleibt. Und dann vermengen wir das Ganze mal. Ja, immer diese Werbung, wenn man irgendwas streamt oder sowas. Ah, vielleicht brauchen sie dieses Video nicht, aber vielleicht sind sie ja noch gar kein Millionär. So, die Masse sieht dann sehr appetitlich aus. Die nimmt man dann einfach zu kleinen Kügelchen und rollt sie ein und danach Kokos. Sie sehen hier insgesamt 100 rote Luftballons von Lunar World. Dankeschön nochmal dahin. Und die werde ich jetzt alle aufblasen, weil ich habe nachher um 20 Uhr... Ich habe da was Großes mit euch vor. Und zwar gehe ich nämlich wieder live in YouTube und lasse sie dann alle knallen. So, ich habe aus Versehen gerade einen Beachball-Gesit-to-Pop. Voll schade. Ich bin am Einsammeln von den Schnipseln von Matthias. Ich habe nämlich drei Blow-to-Pops für ihn gemacht. Und ja, er kriegt natürlich von mir auch die Schnipsel, wenn er sie will. So, bei mir geht's weiter. Ich mache natürlich auch Fotos und so für E-Bail-Auktionen. Schau mal, ich habe so einen riesen großen, tollen, kleinen... Ja! Der ist echt riesig. Guck mal. Schau mal, das ist mein erster richtiger Spiegel in dieser Wohnung. Ich hatte halt immer nur so kleine Schmelzspiegel. Und das ist jetzt mein erster... Kurz eine Kuschelpause. Und da ist immer noch die Schmelzspiegel. Und da ist die Flocke. Ich habe da gar keine Angst vor Luftballung, wie man hier sieht. Das ist geil. Hat da schon mehr Respekt. Hm? Okay. Irgendwie hat sich das gerade ein bisschen gewendet. Hört mal. Wie die da sitzt. Also das ist... Die Glocke mit dem Hintern auf mir drauf. Ich glaube... Leck. Leck. Ich ist so süß. 1000 Follower auf Snapchat. Dankeschön. Schau mal, ich freue mich schon. Ich freue mich schon so. Denkt dran, ich bin um 8 Uhr in YouTube live. Dankeschön nochmal an Lunaworld für die ganzen roten Luftballons. Sie werden noch mehr. Danke, dem lieben Flo und Lunaworld. Dreh ich euch jetzt ein YouTube-Video. It's so hot in Munich. We got 30 degrees and I got 150 balloons. And don't forget, one hour and I'm live on YouTube for you. Als nächstes habe ich eine Premiere. Na, Mike schenkt da Sarah nämlich ein wunderschönes Video. Und das darf ich jetzt machen. Hey, ich habe gerade Blotie Pop und Nelte Pop gemacht. Und schau mal, mein Piercing ist kaputt. Wurde kaputt gegangen. Oh, kaputt gegangen. Also meine Lieben, ich bin jetzt live auf YouTube. Hi, meine Lieben, danke schön fürs Zuschauen nochmal auf YouTube. Ich bin gerade dabei. Irgendwie bearbeitet das Video immer noch. Wegen irgendwelchen Urheberrechts mäßig mit der Musik und sowas. Ich hoffe, ihr könnt es bald sehen. Schönen Abend. Schönen Abend. Guten Morgen. Ich muss schon mal sagen, ich finde es sehr interessant, dass irgendwie ganz komplett fremde Menschen mich jetzt immer öfters... oder? Tschüss. perfect for real. Okay.